Seit 1990 gilt die J&J Bau- und Bauträger GmbH als zuverlässiger Generalunternehmer für bauwillige Investoren und Bauherren. In seinem 20-jährigen Bestehen spezialisiert sich das Unternehmen auf die Sanierung von historischen und denkmalgeschützten Gebäuden. Als überregionaler Dienstleister wurden im gesamten Bundesgebiet mehr als 240 Objekte saniert und modernisiert. Aber auch im Sektor des Wohnungsneubaus und dem Gewerbebau etabliert sich der Familienbetrieb, welcher durch Herrn Harald Janel und seinen Söhnen Gerald und René geleitet wird, als kompetenter Partner der Bauwirtschaft. Neben der Halloren Schokoladenfabrik in Halle wurden Einkaufs- und Gewerbezentren, Mehrfamilienhäuser und Eigenheimsiedlungen errichtet. Mit dem Kauf einer Fensterfabrik deckt die J&J Bau- und Bauträger GmbH den Eigenbedarf an Fenster zu 100%. J&J Bauträger GmbH – Ihr kompetenter Partner aus Halle-Saale